Ich war damals auf der Suche nach einem Unternehmen mit einer gewissen Größe. Es ging mir primär darum, auch ein bisschen finanzielle Stabilität zu haben. In meiner Schulzeit habe ich eine Praktikumstelle gesucht im Bereich Qualitätssicherung und Konstruktion und im Elternhaus war in der Nähe von einem Sportplatz. Da hat es immer wieder Produktvorführungen gegeben von der Firma und von daher habe ich die gekannt und so bin ich zur Praktikumstelle gekommen. Im ersten persönlichen Gespräch bin ich einfach gleich familiär aufgenommen worden. Ich habe gemerkt, dass mir passt, dass der Firma Wiking passt mit mir. Besonders ist sicher, dass man auch die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln. Ich habe nicht im Einkauf begonnen, da wo ich jetzt arbeite, sondern habe in der Arbeitsvorbereitung begonnen, habe dann ein Studium machen können und bin in den Einkauf gewechselt. Was mir einfach super von UVMU war der Firma Wiking gefallen hat, ist, dass es familiär ist, dass alles super passt mit dem Team, gleich voll integriert worden bin, alle mit den Kollegen gleich super ausgekommen bin. Wiking ist für mich ein sehr wachstumorientiertes Unternehmen. Zugleich ist es aber sehr stabil durch die Familienstruktur, was dahinter steckt und vor allem ist es sehr, sehr menschlich.